Musik Kommen wir nun nach der Einführung darauf zu sprechen, warum das Lernen eigentlich so wichtig ist. Denn Lernen ist ja weder ein neues Thema, noch ist es unbedingt ein sehr aufregendes Thema. Und die Frage ist, warum wir uns heute vor allem im Unternehmenskontext trotzdem mit Lernen beschäftigen sollten. Schauen wir mal zurück. Vor etwas mehr als 20 Jahren in einer Zeit, also als die ersten Internet-Startups sich entwickelten, begann ich selbst meine Karriere in der Industrie. Und zurückblickend war damals eine sehr aufregende Zeit gekommen, als die ersten computergestützten Technologien Einzug hielten, mit denen Informationen im Unternehmen jetzt nicht nur auf Papier, sondern tatsächlich elektronisch übermittelt werden konnten. Und das hielt natürlich auch Einzug im Bereich Lernen und Entwicklung. Also Führungskräfte und Management waren auf einmal in der Lage, anders als sonst Lernen über elektronische Standards zu vermitteln. Der technische Standard, mit denen damals die meisten LMS-Systeme arbeiteten, hieß SCORM, also S-C-O-R-M, das sogenannte Shareable Content Object Reference Model, also ein Protokoll, ein elektronisches Protokoll, mit dem elektronische Dokumente von einem Ort an mehrere Menschen innerhalb eines geschlossenen elektronischen Systems verbreitet werden konnten, um es einfach auszudrücken. Weniger klamurös war dann das Benutzen dieser Tools, denn im Grunde genommen ging es darum, einfach nur PDFs in einer Datenbank zu hinterlegen und das Ganze dann als E-Learning zu bezeichnen und die User aufzufordern, also den Mitarbeitenden aufzufordern, diese oder jene Dinge zu lernen. Was damals auch interessant war, war, dass das, was heute unter Learning and Development, also L&D-Abteilung bekannt ist, damals oftmals noch als Weiterbildung oder Trainingsabteilung bezeichnet wurde. Das ist heute auch in manch einem Unternehmen eben doch noch die Regel. Diese Abteilungen konzentrieren sich darauf, möglichst technische Trainings zu bestimmten Qualitätsnormen oder technischen Standards zu vermitteln und bieten diese Themen meist in Schulungskatalogen an. Auch ein Phänomen aus der damaligen Zeit, was sich hier und da bis heute gehalten hat, ist, dass fast alle Schulungen vor Ort in Seminarräumen oder auch in größeren Sälen statt. Die meisten Menschen, die an solchen Schulungen teilnehmen, hatten entweder einen Hintergrund im Management oder in einem bestimmten technologischen Bereich. Nicht selten wurde ein altgedienter Experte oder eine Expertin oder eine ehemalige Führungskraft, die beispielsweise kurz vor dem Ruhestand steht und gleichzeitig über reichlich Geschäftserfahrung oder technische Erfahrungen verfügt, in die Rolle des Mentors oder der Trainerin gebracht. Die Belegschaft, die diese Inhalte und diese Trainings konsumierte, auf der anderen Seite also, war häufig auch lebenslang beschäftigt. Loyalität wurde groß geschrieben und wenn jemand seine Karriere in einem Unternehmen begann, dann gehörte es meist zur Regel, dass man in diesem Unternehmen blieb und sich in der Karriere Stufen dieses Unternehmens weiter voran entwickelte. Spulen wir 20 Jahre nach vorn, also in das Jahr heute. Wir stehen am Anfang einer vierten industriellen Revolution, die durch Fortschritte in Technologie, dem Internet, der Dinge, im Machine Learning, der Robotik, autonomen Autos, 3D-Druck oder auch der Mobilisierung von allen Lebensbereichen gekennzeichnet ist. All diese Entwicklungen haben bereits enorme Auswirkungen auf das, was von den Menschen in Organisationen gefordert wird. Die Welt, aber auch die Arbeitsplätze, an denen die Menschen heute sind und natürlich lernen, haben sich also dramatisch geändert. Der gute alte PC wurde heute ersetzt durch Smartphones. Menschen arbeiten nicht mehr im Büro, sondern sie arbeiten verteilt auf dieser Welt von irgendeinem Ort, der ihnen gefällt oder an dem sie sein müssen. Dies führt auch dazu, dass sich viele neue Geschäftsmodelle entwickeln und sich angestammte Geschäftsmodelle und Operationsmodelle plötzlich ändern. In dieser Zeit hat sich aber auch das Konzept von Organisationen völlig weiterentwickelt, wie Trainings stattfinden und was unter Lernen verstanden wird. Organisationen, die heute im Geschäft bleiben wollen, haben erkannt, dass es um die ständige Weiterentwicklung des bestehenden Humankapitals geht und nicht mehr nur um Weiterbildung und Training. Ungefähr die Hälfte aller formellen Weiterbildungen werden heute schon durch digitale Lösungen vermittelt. In vielen Fällen haben diese neuen Werkzeuge traditionelle Lernformen abgelöst, also Präsenzlernen und Seminarvorträge. Technologie ermöglicht also, das Lernen noch viel persönlicher, individueller, direkter und selbstbestimmter zu machen. Der Seminarraum des 21. Jahrhunderts wird eigentlich durch das Smartphone oder das iPad oder den Laptop ermöglicht und bietet Menschen eine immersive Lernerfahrung, also direkten Zugang zu digitalen Lernräumen. Sie selbst erleben das gerade in diesem Moment. Die Zukunft im Lernen heißt also Hightech und auch High-Touch-Lernen. Neben der Digitalisierung und der Technisierung des Lernens kommt eben noch das Gegenstück hinzu, nämlich der Bedarf an klassischem sozialen Lernen, also High-Touch im Grunde genommen, als Gegenstück zum permanenten online-basierten Lernen. Führungskräfte beispielsweise oder Expertinnen schätzen die Möglichkeiten, die es heute gibt, im täglichen Arbeitsprozess gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln, neue Fähigkeiten zu erlernen oder gecoacht zu werden. Wir sprechen ganz viel über Design Thinking, wir sprechen ganz viel über Mentoring, wir sprechen über soziale, kollaborative Netzwerke. Alles das sind heute bereits neue Lernformen, die sich über die letzten Jahre etabliert haben. Sich also mit anderen Menschen zu verbinden und von anderen zu lernen, um sich durch diese neuen Perspektiven immer wieder neu inspirieren zu lassen und Anregungen für die eigene Arbeit und persönliche Weiterentwicklung zu finden, auch das prägt heute das Lernen. Auch einzelne Personen wie Sie haben viel stärker als früher realisiert, dass auch das lebenslange Lernen außerhalb der Universität und außerhalb des regulären formellen Lernrahmens wichtiger geworden ist und dass beispielsweise das Erlernen neuer Denkweisen die persönliche Weiterentwicklung fördert, um eben selbst auch als Person in einem bestimmten Karriere-Schritt relevant zu bleiben und auch natürlich über mehrere Arbeitgeber hinweg und in wechselnden Rollen. Das klassische Karriere-Prinzip innerhalb einer Firma bis zum Ruhestand zu bleiben, das ist mittlerweile überholt. Die Forschung hat ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen, dass sich das Professionsfeld des Lernen und Entwicklungsmanagements, also des L&D oder Learning and Developments, immer stärker professionalisiert. Beispielsweise wissen wir heute aus den kognitiven Neurowissenschaften, dass das Gehirn des Menschen viel flexibler ist, als wir früher dachten und wir wissen auch ein Stück mehr, wie es eben funktioniert. Die Forschung hat Beweise dafür geliefert, dass Menschen bis ins hohe Lebensalter lernfähig bleiben. Ebenfalls gab es eben auch im universitären Umfeld bahnbrechende neue Entwicklungen in der Erwachsenenbildung, wie man beispielsweise am effektivsten und am effizientesten neue Lösungen erlernt und diese anwendet. Wir befinden uns auch genau in einem solchen Lernsetting, das nicht mehr nur das Präsenzlernen in den Vordergrund stellt, sondern verschiedene Formen, verschiedene Lernformen miteinander in Verbindung gebracht werden. Wir haben auch heute in der Wissenschaft ein besseres Verständnis von der Entwicklung der Menschen bekommen. Wie sich also Menschen in Lernumgebungen verhalten, was sie rezipieren, welche Verhaltensweisen eine Rolle spielen und wie sie miteinander interagieren. Und schließlich gibt es noch weitere Neuerungen im Kontext des Lernens. Es gibt vor allem auch, was das Design der Lernprogramme und der Lernarchitekturen in Organisationen betrifft, einen Riesenentwicklungssprung. All diese Themen führen uns direkt zum Thema der sogenannten lernenden Organisation. Es geht also um den Einfluss, den das Lernen hat, auf den Unternehmenszweck und das Unternehmensziel. Also eine direkte Verbindung zwischen dem ökonomischen Zweck einer Organisation und dem Sinn und dem Kontext des Lernens. Eine zunehmende wettbewerbsintensive Geschäftslandschaft, die Komplexität mit sich bringt und digitale Revolution führt also dazu, dass heute Wissen, so wie wir es von früher in Ausbildungskontexten oder Curricula verbriefen, nicht mehr unbedingt die Halbwertszeit hat. Stattdessen spielen neue Konzepte des sogenannten Upskillings und Reskillings eine wesentlich wichtigere Rolle als die formale Wissens- und Lernvermittlung. Aktuelle Untersuchungen legen nahe, dass die Marktkapitalisierung von Unternehmen sogar weitestgehend auf deren immateriellen Vermögenswerten basiert. Das betrifft also qualifizierte Mitarbeiter, außergewöhnliche Führungskräfte und natürlich Wissensressourcen. All diese Trends haben die Bedeutungen des Lernens erhöht und führen zu einem erhöhten Druck natürlich auch auf die Erwartungen, die an die Learning- und Development-Funktion gestellt werden. Es geht also um den maximalen Return of Investment aus den Lernprogrammen und den Weiterbildungs- und Ausbildungsprogrammen innerhalb eines Unternehmens. L&D ist nicht mehr nur das Trainingsdepartment und die Trainingsabteilung, sondern hat heute eine essentielle strategische Rolle zu erfüllen, die erfordert, dass Verhalten und die Tools und Werkzeuge, die L&D anwendet, komplett neu überdacht werden müssen und dass natürlich auch L&D eine eigene, ehrgeizige Vision zu entwickeln hat, was Lernen bedeutet.